Neulich habe ich euch das Pilz von der Schwerter Brauerei aus Meißen vorgestellt. Viele haben dann gesagt, hey, du sollst unbedingt mal den Maibock probieren. Unter anderem war das der Paul aus Lauter. Vielen Dank. Er hat dafür gesorgt, dass ich das jetzt machen kann, wenn ihr dran bleibt. Super, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Lust auf einen, ja, Maibock. Es ist ja Maibock-Zeit. Eigentlich ist es ja schon fast wieder vorbei. Es ist ja mit dem Namen Mai und dem tatsächlichen Erscheinungsdatum dieser Biere immer so eine Sache. Es ist genau wie das Oktoberfest. Es ist ja auch maximal ein, zwei, drei Tage im Oktober. Ansonsten ist das im September. Und ja, ich habe vor ein paar Wochen, war das glaube ich schon, den Meißner Schwerter oder das Meißner Schwerter Pilz vorgestellt. Und das war ein Bottleshare mit einem Basti. Und danach kamen dann ganz viele, die haben gesagt, hey, du musst unbedingt von der Schwerterbrauerei aus Meißen, musst unbedingt mal den Maibock probieren. Und ja, offensichtlich habe ich so hilflos geschaut, dass es Leute gab. Und in dem Fall war es der Paul aus Lauter. An der Stelle nochmal vielen Dank, der im Rahmen eines Bottleshares mir eben genau diesen Maibock eingepackt hat. Und ich das Glück habe, ihn jetzt hier mit euch zusammen verkosten zu können. Maiböcke, ich weiß nicht, wie groß die Tradition im Osten ist, im Westen. Also es ist, glaube ich, eher so eine Geschichte, die so ein bisschen im süddeutschen Raum verhaftet ist. Und es gibt natürlich traditionelle Brauereien, die diese Maibock-Tradition auch so ein bisschen wieder aufleben lassen. Und mit saisonalen Bierspezialitäten grundsätzlich einfach dieses Thema Biervielfalt auch beleben. 5,9 Volumenprozent sind hier aufgerufen. Das ist gar nicht so viel. Er ist auch knapp über der Bockbiergrenze mit 16,5 Plato. Und was ich sehr spannend finde, auf der Homepage steht drauf, Trinktemperatur 10 bis 15 Grad. Ich würde das sofort unterschreiben, aber es ist doch schon ein richtiges Statement für Bierqualität und Bierkultur, wenn man zu seinem Bier dazu schreibt, hey, das ist ein bisschen stärker, das ist ein bisschen aromenreicher. Das verträgt einfach auch Temperatur und das muss nicht bei 4,5 Grad aus dem Kühlschrank gezogen werden, sondern lass das mal stehen und holt es bei 10 bis 15 Grad raus. An der Stelle also auch mal ein richtig großes Kompliment an die Schwerterbrauerei in Meißen. Das finde ich richtig gut, dass man sowas macht. Auf der Flasche sehe ich jetzt, steht es nicht drauf, aber wie gesagt, auf der Homepage. Und das finde ich ja schon mal als Anfang richtig gut. So, Bottlecap, hier ein schönes Logo mit den gekreuzten Schwertern. Es sind doch auch oft den Meißener Porzellanen, es sind doch auch gekreuzte Schwerter, oder? Ja, gut, dann gehen wir das Ganze mal an. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mir da empfohlen habt, ob ich mich da auch wiederfinde. In jedem Fall mal optisch ein echtes Leckerli. Eine, ja, ungetrübte, aber tief goldene Farbe, bisschen Kohlensäure drin zu sehen. Ein weißer Schaum, ja doch, zwei, zweieinhalb Finger breit hier in dem Kostglas. Und, ja, das ist einfach, also gerade diese richtig kräftig goldene Farbe, das innert fast eher an so einen Bock, der so um die Weihnachtszeit oder im Herbst, da ist die Maiböcke, sind ja für meinen Begriff zumindest, tendenziell immer ein bisschen heller. Ja, sehr schön fruchtig. Geht so ein bisschen in die Orangenrichtung. Grasiger Hopfen. Und natürlich, also da merkt man, das ist schon schön viel helles, kräftiges, süßliches Malz drin. Und das ist natürlich auch in der Nase relativ problemlos wahrnehmbar. So soll es ja auch sein. Ja, in diesem Sinne. Cheers. Hm, es startet mit einer doch durchaus getreidigen Note. Also, das Bier grundsätzlich ist schon sehr, sehr malzdominiert. Eine sehr eigenwillige, fruchtige Note. Das meine ich im allerpositivsten Sinne. Es hat so eine leichte, ein bisschen Birne, ein bisschen Orange. So eine angenehme, kräftige, aber nicht überbordende Süße. Das ist so eine, ja, so eine schöne, schwere Honigsüße. Und ein bisschen karamellig vielleicht. Und im Hintergrund schwickt. Und das finde ich, das ist wahrscheinlich auch das, was ihr so geil gefunden habt. Der Hintergrund schwingt so eine leichte Hopfennote mit. So grasiger Hopfen, ohne dass der jetzt zu bitter wird. Es hat so eine leicht moderate, bittere. Aber dadurch, dass auf der anderen Seite dieses Schwergewicht von dieser Honigsüße steht, kann die sich so ein bisschen austoben, ohne dass die da, ja, zu sehr ins Gewicht fällt. Toll. Das ist ein richtig schöner. Und der wirkt, das muss ich jetzt ehrlich sagen, es hat 5,9 Volumenprozent. Der wirkt ein bisschen schwerer als 5,9 Volumenprozent. Der ist eher, ja, also wenn mir jetzt einer gesagt hat, das Bier hat so 7,5 bis 8 Volumenprozent. Hätte ich auch geglaubt. Andersrum, ich hätte es eigentlich nicht geglaubt, dass es nur 5,9 hat. Wie gesagt, er wirkt ein bisschen alkoholischer, ohne dass er jetzt direkt alkoholisch schmeckt. Aber man hat doch eher das Gefühl, dass der deutlich schwerer ist. Er ist vielleicht nicht ganz so frisch wie andere Maiböcke. Das kommt eher wieder über die Süße und natürlich letztendlich dann auch über diese grasige Hopfennote. Aber sehr schön. Mittlerer Körper, moderate Kohlensäure, leicht ölige Textur, aber super, super, super trinkbar. Da hilft es wahrscheinlich dann, dass es dann doch nicht so alkoholisch ist. Zumindest im richtigen Leben. Nicht immer darauf an, wie man es wahrnimmt. Und hinten raus, ja, es wird noch ein bisschen süßer. Aber die Bittere ist auch da. Also ich habe so das Gefühl, es schaukelt sich so gegenseitig ein bisschen hoch. Aber ist dann nachher sehr gut balanciert. Und im Sommer ist es eine deutliche Malzbetonung natürlich bei dem Bier. Und ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Meißner Schwerter Maibrock. Von ProbierTV gibt es für dieses Bier wohlverdiente vier von fünf möglichen Punkten für den Meißner Schwerter Maibrock. Ich sage nochmal Danke an alle, die mir das Bier empfohlen haben. Und danke vor allen Dingen an den Paul nach Lauter, der mir das Fläschchen eingepackt hat und im Rahmen eines Bottleshares dann zugeschickt hat. Und ich hoffe, du hast auch viel Spaß mit den Bieren, die ich dir geschickt habe. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bin raus, sage Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss Papa. Servus. Prost und Ahoi. Cheers. Ich bin raus. Töne. 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 T